Bäm, Freunde, da sind wir, am Samstag. Diesmal nicht mit MMA News oder einer Vorberichterstattung, sondern einfach nur mit meinem Senf, meiner Meinung, zur neuen Netflix-Doku von Conor McGregor, McGregor Forever. Ich habe es ja nicht geschafft, ich bin ein bisschen spät dran. Wie lange ist die Doku draußen? Eine Woche, zehn Tage, irgend sowas um den Dreh. Ich habe es auf jeden Fall geschafft, mir alle vier Folgen anzusehen und werde euch jetzt in diesem kurzen Video meine Meinung dazu raushauen. Ich werde natürlich ein bisschen spoilern, aber ich habe mir überlegt, ich werde erst mal am Anfang meine Empfehlung aussprechen. Also ihr bekommt jetzt relativ früh schon meinen Daumen nach oben oder meinen Daumen nach unten und dann werde ich im Anschluss auf so ein paar Details eingehen. Vielleicht ganz kurz zum Inhalt. Es sind insgesamt vier Episoden und in jeder Episode wird einer der letzten Fights von Conor McGregor behandelt. Gegen Khabib Nurmagomedov, gegen Cowboy Cerrone und die beiden Fights gegen Dustin Poirier und halt alles, was so ein bisschen dazwischen war, was davor war und was danach passiert ist. Wie viel Neues gibt es in dieser Doku? Wenn man McGregor-Fan ist oder einfach nur dem MMA-Sport intensiv folgt und viele Vorberichterstattungen und Nachberichterstattungen gesehen hat zu den einzelnen Fights, gibt es vielleicht nicht ganz so viel Neues. Ich will nicht spoilern, aber gerade verletzungstechnisch gibt es das eine oder andere Update und wer ein bisschen mehr von Conor McGregors Familienleben sehen möchte und auch von Conors Reaktion auf ein Fight von Khabib Nurmagomedov, wo er selber nicht beteiligt war, da lohnt sich die Doku, glaube ich schon. Grundsätzlich nichts bahnbrechendes Neues. Also nicht jetzt irgendwas, was ich sage, okay, wow, jetzt noch nie gesehen. Vereinzelt ja, wer aber wie gesagt den ganzen Fights vorher schon folgte, der wird jetzt viele Sachen einfach nur wiedererkennen. Vielleicht die eine oder andere neue Kameraperspektive. Aber ich glaube trotzdem, dass das Doku-Team einen guten Job gemacht hat. Das ist natürlich alles aus der Sicht von McGregor bei diesen Fights. Dort wird nicht irgendwie noch die andere Seite beleuchtet. Da gibt es keine Interviews, da kann kein anderer noch was dazu sagen. Also klar, dass es sehr aus einer Perspektive geschildert wird. Ich glaube aber, dass trotzdem da nichts beschönigt wird und nicht versucht wird, nur Team McGregor irgendwie positiv dastehen zu lassen. Im Detail sage ich später noch was dazu. Aber ich muss sagen, diese vier Episoden und jeweils gingen die auch ungefähr eine Stunde, 55 Minuten, ich glaube eine ging 45 Minuten. Die vergingen relativ schnell, sehr kurzweilig, hat Spaß gemacht. Man sieht sehr viel aus früheren Zeiten von Conor McGregor, aus der Anfangszeit. Gerade da werden einige Zitate immer wieder mit eingespielt und sehr viel aktuelles Trainingsmaterial aus den letzten Fights, aus den letzten Jahren. Von daher glaube ich, McGregor-Fans werden auf ihre Kosten kommen. Wer McGregor kritisch sieht, kann vielleicht mal einen Blick wagen, weil hier durchaus auch andere Seiten von ihm beleuchtet werden. Es ist keine Doku, wo ich jetzt sage, man hat so einen kompletten Schnitt gemacht unter die Karriere von Conor McGregor und vielleicht auch einige seiner Skandale etwas mehr beleuchtet. Einige der Vorwürfe, einige Sachen, die vorgefallen sind, die jetzt nicht unbedingt was mit dem Kämpfen zu tun hat. Wer das erwartet, der wird wahrscheinlich etwas enttäuscht. Davon ist in dieser Doku nichts zu finden. Also da gibt es jetzt keine kritische Biografie, die sich komplett mit Conor McGregor auseinandersetzt. Wie waren jetzt seine kompletten Anfänge? Wo ist er wann wie hingegangen? Seine Amateurkämpfe werden nicht alle gezeigt. Es geht wirklich hauptsächlich um diese zentralen vier Fights, die ich gerade genannt habe. Eine Empfehlung würde ich trotzdem aussprechen. Ist eine gute Doku, wie ich finde, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Wenn man weiß, dass man halt diese vier Fights hauptsächlich zentriert bekommt. Wer was anderes erwartet hat, wird vielleicht enttäuscht werden. Aber ich meine, Netflix-Standard, Ton ist gut, Bildmaterial ist natürlich, gut, die Kamerafahrten, die Schriften, die eingeblendet werden. Das ist alles auf einem sehr anständigen Niveau. Mir hat es Spaß gemacht, die Doku zu gucken, auch um nochmal ein paar neue Aspekte von Conor McGregor kennenzulernen. Und es macht an einigen Punkten so ein bisschen auch Lust auf mehr, auf mehr Fights von Conor McGregor. Aber an einigen Punkten macht es vielleicht auch ein bisschen weniger erwartungsfroh auf die Zukunft. Da gehe ich gleich im Detail noch drauf ein. Also eine Empfehlung würde ich definitiv aussprechen. Ich tue mich da ein bisschen schwer, so von Schulnoten oder von 1 bis 10 das Ganze zu bewerten. Gerade bei Dokus von 1 bis 10 schwierig. Bei einer Schulnote würde ich sagen, es ist eine solide 2. Kann man sich definitiv geben. Also ich glaube, die meisten von euch haben es wahrscheinlich sowieso schon gesehen und sind vielleicht jetzt einfach nur neugierig auf meinen Semp. Den wird es jetzt geben. Das war jetzt hier dieser Spoiler, relativ Spoiler-freie Teil. Und jetzt gleich gehen wir halt auf so ein paar Details von der Doku ein. Fangen wir mit dem ersten Fight, der ersten Episode auch an. Conors Fede mit Khabib Nurmagomedov, die da nochmal etwas beleuchtet wird. Auch hier jetzt nicht absolut im Detail, dass da jedes Interview irgendwie erwähnt wird, was beide ja gezeigt wird, was beide jemals gegeben haben. Aber das, was den ganzen Konflikt zum Überkochen gebracht hat, das Aufeinandertreffen von Artem Lobov, der übrigens sehr, sehr wenig zu sehen war in dieser Doku. Ob das jetzt eine Sache war, auf die irgendwie Conor bestanden hat, den Typen, weil die ja selber jetzt Zwist haben, den möchte ich möglichst nicht in dieser Doku sehen. Also wenn es da irgendwie Bildmaterial gibt, bitte schneidet den raus. Den will ich nicht drin haben. In der Geschichte rund um Khabib ist er natürlich mit dabei. Schlussendlich werden dann auch so die wichtigsten Szenen des Fights nochmal gezeigt. Also keine richtige Zusammenfassung, aber so die Highlights der jeweiligen Runden werden gezeigt. Das Einwiegen wurde gezeigt. Ich finde auch, dass obwohl das natürlich eine Doku ist über Conor, durchaus auch einige der Teamkameraden von Conor McGregor, seiner Coaches, sich durchaus kritisch geäußert haben, wie Conor McGregor aufgetreten ist in diesem ganzen Zwist. Auf dieser Pressekonferenz, dass es da nichts zum Feiern gab, dass das keine coole Nummer war, sondern es wurde, glaube ich, an einem Punkt einfach beschrieben, dass der Hass, den beide an einigen Punkten einfach füreinander übrig hatten, dafür gesorgt hat, dass das keine schöne, keine spaßige Sache geworden ist. Man hat gesehen, dass Conor McGregor scheinbar wirklich eine Verletzung hatte im Trainingscamp. Diese berühmte My Foot Was A Balloon, dass da einige Zehen gebrochen waren. Also jetzt einen richtigen Ballon, den hat er jetzt nicht unten am Knöchel hängen, aber dass er da schon irgendwo beeinträchtigt gewesen ist. Es ist immer müßig, darüber zu spekulieren, weil wir haben jetzt natürlich auch nicht die andere Seite. Wir haben jetzt nicht das Trainingscamp von Khabib Nurmagomedov gesehen, der hat mit Sicherheit auch die eine oder andere Verletzung davon getragen. Grundsätzlich ist bei Conor McGregor, es zieht sich vielleicht auch wie ein roter Faden, aber das wird bei vielen Fightern so sein, dass immer mal wieder eine Verletzung auftaucht. Gegen Max Holloway, glaube ich, nicht fit in den Fight gegangen. Gegen Chad Mendes, gegen Jose Aldo, gegen Khabib Nurmagomedov, gegen Dustin Poirier vor dem dritten Fight. Ich meine, irgendein Wehwehchen hat immer irgendeinen Fighter, aber ich glaube, diese Einstellung von Conor, ich ziehe aus keinem Fight raus, ich kämpfe auf jeden Fall, egal was ist, das hat ihm vielleicht an einigen Punkten einfach so ein bisschen geschadet, weil er sich dann natürlich selber ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt hat und wenn du natürlich solche Reden schwingst, wird es doppelt schwierig, dann mit einer Verletzung noch aus so einem Fight rauszuziehen. Hat wahnsinnig viel Shit in die Richtung von RDA geschmissen, als der mit einem, ich glaube, angebrochenen Fuß nicht antreten konnte. Und klar, dann machst du dir das Leben im Endeffekt einfach nur selber schwer. Ich fand das so einen schönen, nochmal als Schlusssatz unter diese Fede, dass beide so mehr oder weniger das Schlechte im Anderen hervorgerufen haben aufgrund dieser Fede. Wäre das Ganze ein sportliches Duell geworden, ohne das Ganze drumherum, glaube ich. Vielleicht hätten die nicht den Pay-Per-View-Rekord gebrochen, weil natürlich viele Leute auf Drama stehen, aber ich glaube, es wäre sportlich gerade rückblickend ein besseres Ereignis geworden und wahrscheinlich auch ein Ereignis, wo beide sich im Anschluss in die Augen hätten blicken können und einfach nur die Hand schütteln können. Ich glaube, da hätten viele Fans oder ein Großteil der Fight-Fans deutlich mehr von profitiert. Dass er direkt einen Rückkampf haben wollte, das wurde im weiteren Verlauf der Doku immer mal wieder thematisiert. Auch, dass das Trainingscamp für ihn nicht ideal gelaufen ist oder er nicht 100% fokussiert gewesen ist. Ich hatte aber im Laufe der Doku immer das Gefühl, wenn Conor jetzt den Fight gewonnen hat, zum Beispiel gegen Donald Cerrone, dann wurde alles richtig gemacht und dann wurde nur auf die positiven Aspekte eingegangen und wenn dann ein Fight doch nicht zu seinen Gunsten ausging, dann war das nicht ideal. Und ich glaube, so kann man jedes Fight-Camp irgendwo zerpflücken. Und wenn wir jetzt Donald Cerrone mit einer Kamera begleitet hätten, dann hätten wir im Anschluss auch sagen können, was bei ihm in der Vorbereitung nicht ideal gelaufen ist. Ich glaube, Conor war körperlich vielleicht nicht sein bester oder seine fitteste Performance gegen Khabib Nurmagomedov. Auf der anderen Seite ist er bis in die vierte Runde gekommen, obwohl jede Menge Grappling mit dabei gewesen ist. Im Anschluss ist das immer für mich auch ein bisschen müßig. Das sagt Conor McGregor auch selber in der Doku. Er wollte nie diese Person sein, die dann da im Anschluss irgendwelche Ausreden sucht. Vielleicht kommt diese Doku jetzt rund um den Fight gegen Khabib einige Jahre zu spät. Ich glaube, das hätte vor einigen Jahren noch deutlich mehr Impact gehabt als jetzt. Der Fight war 2018, jetzt haben wir 2023. Vielleicht ein bisschen zu spät. Dann kam die schöne Comeback-Geschichte. Musste sich quasi neu aufsammeln. Auch das eine Eigenschaft von Conor, die, glaube ich, gut beleuchtet wurde in dieser Doku. Dass Niederlagen ihn nicht kaputt machen, ihn nicht abschrecken, sondern eher dazu führen, dass er halt motivierter ist oder motivierter zurückkehrt. Inwieweit das aber manchmal problematisch ist, da gehe ich noch drauf ein, wenn ich auch ein bisschen über sein Team spreche, rund um die Poirier-Fights. Denn es kann ja nicht immer alles schlecht oder alles super gewesen sein und nur daran gelegen haben, ob er jetzt motiviert war oder nicht motiviert war. Die Gegner haben da natürlich auch einen riesengroßen Anteil bei. Und ich glaube, was für mich nicht gut zur Geltung gekommen ist, dass MMA einfach ein Sport ist von tausendstel Sekunden. Wenn du einen Fehler machst, den der Gegner ausnutzt, dann ist ja plötzlich nicht deine ganze Vorbereitung schlecht gewesen. Dann ist das einfach dieser eine Moment, wenn beide einen Schritt nach vorne gehen, beide den Kopf leicht neigen und eine Gerade schlagen und der eine ist halt den Zentimeter weiter rüber und trifft besser, dann gehen vielleicht bei einem anderen die Lichter aus. Und da dann das ganze Trainingscamp in Frage zu stellen oder dann zu sagen, ja, man ist nicht hungrig, man ist nicht motiviert. Ich glaube, dafür ist das einfach keine richtige Glückssache, aber einfach eine Frage von tausendstel Sekunden. Und da dann so alles dran festzumachen, das halte ich halt für schwierig. Das wäre wahrscheinlich so die perfekte Comeback-Story geworden gegen Donald Cowboy Cerrone, wenn er da mit dem Sieg zurückgekommen wäre. Was ich dann noch interessant fand, im Anschluss an den Cowboy-Fight scheint Conor McGregor, scheint sein Team, sie wollten wirklich diese Season durchziehen. Sie wollten aktiv bleiben, dann gab es noch eine Handverletzung bei Conor McGregor und schlussendlich, als diese ganze Covid-Nummer anfing, keine Angebote seitens der UFC. Man habe mehrmals die UFC kontaktiert, aber es kam nichts von der UFC. Es kamen keine Fight-Angebote, man wollte Conor McGregor scheinbar nicht kämpfen lassen, vielleicht nicht ohne Publikum. Vielleicht hatte man Sorge, dass man Conor McGregor ja nach wie vor sehr, sehr viel Geld hinblättert und man sich unsicher war, wie viele Einnahmen können wir erzielen in dieser Pandemie, ob man deswegen das nicht als Minusspiel riskieren wollte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir Conor nicht so aktiv gesehen, aber die Doku zeigt uns, es hat wohl nicht an Conors Unwillen gelegen, dass er jetzt nicht kämpfen wollte, dass er gesagt hat, ich möchte nicht gegen den, möchte nicht gegen den. Es war von mehreren Gegnern während dieser Doku die Rede und die UFC hat da irgendwo nicht mitgespielt. Was wir vielleicht jetzt auch sehen bei einem Kamsej Shimaev, wo die UFC scheinbar ebenfalls nicht mitspielt, der auch nicht so aktiv sein kann, wie er scheinbar möchte. Ja, sehr schade, wenn Fighter da natürlich so irgendwie blockiert werden. Der Cerrone Fight abgehakt und dann kam halt der Dustin Poirier Fight. Und bei dem Dustin Poirier Fight, finde ich, kam in der Doku auch ganz gut zur Geltung. Es war keine richtige Anklage von Conor, aber so ein bisschen auch die Frage an die Runde, warum habt ihr mir nicht mehr bei den Lowkicks mit Rat und Tat zur Seite gestanden? Weil da hat die Ringecke, also da erwarte ich eigentlich von der Ringecke, gerade in der Pause, dass man die Strategie anpasst, die Strategie wechselt. Und mein Gefühl während dieser ganzen Doku war es, dass Conor McGregor doch häufig einfach den Takt angibt, wie ein Trainingscamp läuft. Und ich weiß nicht, ob das, ich meine, ich begebe mich da auf dünnes Eis, weil Conor McGregor und sein Team, das sind die Profiathleten, ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob das die richtige Herangehensweise ist, wenn der Hauptdarsteller hier, der Fighter, aber auch komplett den Takt angibt, was, wie, wann, wo, warum trainiert wird. Natürlich hört er trotzdem zu, wenn seine Coaches ihm was sagen, aber ich hatte das Gefühl, dass an einigen Punkten einfach nicht genug Gegenwind dann in seinem Camp kam. Auch keine guten Tipps, wie jetzt zum Beispiel in der Ringecke, wobei man sagen muss, nach der ersten Runde war wahrscheinlich sein Bein schon tot, was hätten die ihm da noch großartig sagen sollen, außer, okay, du musst jetzt dein Grappling einsetzen oder in den Infight gehen mit Dirty Boxing, clinchen. Zweiter Punkt, wo ich das gemerkt habe als Conor McGregor und da kommen wir zu der vielleicht, ja, keine richtigen Breaking News, das, was ja vorher schon berichtet wurde, dass Conor scheinbar wirklich eine Verletzung hatte am Knöchel, mit der er in den Fight reingegangen ist gegen Pori. Eine fragwürdige Entscheidung für mich, wenn er als Schluss gezogen hat aus dem Fight gegen Pori, aus dem zweiten Fight, hey, die Low-Kicks, ich habe vorher immer mit Schienbeinschonern trainiert, das hat mir eine falsche Sicherheit gegeben und während des Fights habe ich die Kicks anders gespürt, logisch, als wenn ich die mit Low-Kicks beim Training beim Sparring bekommen habe und er hat im dritten Trainingscamp dann gegen Dustin darauf verzichtet, auf Schienbeinschoner. Das hat zu Stressfrakturen geführt, zu einer Prellung im Knöchel und ein Arzt hat ihm auch gesagt, so, er muss jetzt eine kleine Pause machen, soll aber gucken halt, wie sein Fuß einfach weiter auf Training reagiert. Das wäre eigentlich ein Moment gewesen, wo ich auch von einem Team erwarten würde. Das ist keine kluge Entscheidung, jetzt Vollkontakt sparring zu machen mit vielleicht 70, 80 Prozent und dann keine Schienbeinschoner einzusetzen. Dass das eine Schnapsidee schlussendlich war, ich meine, keiner kann in die Zukunft gucken, hat man dann halt im Fight und beim Resultat gesehen. Immer wieder auch interessant im Laufe der Doku für mich, dass Conor häufig, ich weiß, Conor kriegt und an vielen Punkten auch zu Recht, kriegt er Kritik dafür, wie er sich an einigen Punkten in seinem Leben verhalten hat. Aber zum einen, Conor sagt das selber in dieser Doku, dass er häufig einfach auf sein Umfeld reagiert. Das kann man jetzt ihm natürlich als Charakterschwäche auslegen, dass er einfach von äußeren Umständen sich so sehr beeinflussen lässt. Aber Conor sagt selber, wenn ich das Gefühl habe, ich bin in einem feindlichen Umfeld oder ich bin selber im Kampfmodus, dann teile ich anders aus, verbal, als wenn ich jetzt in einer entspannten Atmosphäre bin. Das heißt, man hat das auch gesehen, als Poirier und auch Cowboy respektvoll, freundlich waren, kam dasselbe von Conor McGregor zurück. Als sich der Wind dann so ein bisschen gerade bei Poirier gedreht hat, dann hat auch Conor McGregor deutlich mehr Gift gespuckt, als bei den vorherigen Pressekonferenzen. Und dass Conor halt, dadurch, dass er so sehr im Fokus steht, seine Fehler, vielleicht auch mehr Fehler hat, als der durchschnittliche Typ, die einfach für alle öffentlich gemacht hat. Und alle Fehler, die er im Leben begangen hat, waren unter den Augen der Öffentlichkeit noch als sehr junger Mann, so viel Geld zu bekommen. Und ja, natürlich wird er dann auch sehr, sehr streng verurteilt von vielen Leuten. Dass er sich häufig nicht als Vorbild gut verhalten hat, ich glaube, darüber müssen wir nicht sprechen, hat er jetzt Dinge gemacht, die man vielleicht, die unverzeihlich sind? Für mich persönlich nicht, aber jeder hat einen anderen moralischen Kompass. Wenn einer sagt, nee, wer einen älteren Mann schlägt, der hat keine zweite Chance verdient, okay, kann ich ja auch akzeptieren oder kann ich halt mitleben, wenn einer diesen Maßstab hat. Für mich persönlich, wenn sich dann jemand wirklich entschuldigt dafür und das auch nicht nochmal vorkommt, kann ich sagen, ja, war ein Fehler, aber du stehst zu diesem Fehler und wenn es nicht nochmal vorkommt, hast du scheinbar deine Lektion gelernt. Ich glaube, Conor wurde an einigen Punkten in dieser Doku doch sehr menschlich dargestellt, als einfach sehr impulsiver Typ, der manchmal vielleicht seine Emotionen da auch nicht ganz unter Kontrolle hat. Überrascht war ich auch, dass sein Camp gesagt hat, dass Conor besser kämpft, wenn er irgendwo Spaß an der Sache hat und wenn es nicht dieses richtig Giftige ist, also wenn er quasi auch diesen Trashtalk eher auf die leichte Schulter nimmt und nicht 100% ernst rauszolt. Ich habe gedacht, Conor wäre da eigentlich vielmehr ein Pokerface, der auch bei einem absolut hitzigen Rededuell und wenn es wirklich persönlich ist, immer noch diese Ruhe behält und sagt, ja, ist immer noch Business und ich nehme es nicht persönlich, so wie es andere Fighter schlussendlich geschafft haben gegen ihn. Ein Nate hat die ganzen Dinger nicht persönlich genommen, die er vorher gesagt hat. Dustin hat es geschafft, da einen gewissen Abstand zu bewahren und nicht hitzköpfig, wie er das vielleicht im ersten Fight gemacht hat, gegen ihn anzutreten. Es gab interessante Einblicke, so viel Neues vielleicht nicht. Wie gesagt, vom Team war ich an einigen Punkten so ein bisschen enttäuscht oder das hat vielleicht auch das bestätigt, was man vorher schon gedacht hat, dass nicht ausschließlich Ja-Sager da sind, wollen wir nicht immer in die Extremen gehen. Aber dass bei Conor McGregor halt nicht so viele Leute sind, die ihm dann auch mal sagen, Conor, das ist eine Scheißidee. Und auch wenn du es dir in den Kopf gesetzt hast, nein, so machen wir es nicht. Und wenn du das machen willst, dann musst du das in diesem Fall alleine machen, dass ihm einfach mal so jemand ein bisschen die Stirn bietet. Das war halt hier irgendwo nicht zu sehen. Als Schlussstrich oder Fazit, was ich persönlich jetzt auch mitnehme, aus dieser Doku in Bezug auf Conor McGregor, seine Karriere, seiner Legacy. Zum einen, mir auch noch mal vor Augen geführt, als die ganzen Erfolge aufgelistet wurden, Conor hat eine verdammt geile MMA-Karriere hingelegt. Hat er die beste MMA-Karriere aller Zeiten hingelegt, was den Star-Faktor angeht, mit Sicherheit. Was die Erfolge angeht, gibt es mit Sicherheit andere, die rein sportlich noch mehr erreicht haben als Conor McGregor, trotz der Titel. Und die Millionen spielen ja jetzt keine Rolle, rein sportlich. Du kannst ja auch für ein Appel und ein Ei gekämpft haben. Wenn du trotzdem Champion geworden bist, ist das im Endeffekt glatte. Also sportlich gibt es einige, die ich persönlich höher einstufen würde. Aber Conor hat eine verdammt geile Karriere hingelegt. Hat verdammt viel Kohle verdient, Geschichte geschrieben und hat eine wahnsinnig tolle Frau, die ihm immer den Rücken frei hält. Drei tolle Kinder. Also ich glaube nicht, dass der Mann weder karrieretechnisch noch familiär, privat irgendwie ein schlechtes Leben hat. Also vorsichtig sein, weil natürlich da jetzt nur die Kamera drauf fällt und uns ein Bild zeigt, wie es dann intern nochmal aussieht. Kann nochmal eine andere Nummer sein. Aber was ich mitgenommen habe, definitiv, der Typ hat Stand jetzt mit Mitte 30 sehr, sehr vieles auch richtig gemacht, auch wenn er seine Fehler hat. Und ja, an einigen Punkten, also wirklich den Jackpot quasi abgeräumt. Sportlich gesehen seine Karriere und halt auch familiär. Aber die Sache, die ich halt auch mitgenommen habe, einmal so eine groß, doch eine relativ große Frage, was wäre, wenn? Ich glaube, Conor war an einigen Punkten einfach wirklich und das klingt jetzt vielleicht merkwürdig, aber Opfer seines eigenen Erfolgs. Die Aktivität, die er zu anderen Zeiten seiner Karriere hingelegt hat und in der Doku war davon die Rede, dass er im Schnitt dreimal im Jahr eigentlich immer gekämpft hat, bis auf dann nach dem Mayweather-Kampf. Das hat ihn, glaube ich, gekostet, nicht mehr im Rhythmus zu sein, nicht mehr so aktiv zu sein. Das berühmte Zitat mit der seidenen Unterwäsche dann noch früh aufzustehen. Es ist mittlerweile auch abgenudelt, das immer wieder zu erwähnen. Hat er noch den Hunger? Ist er noch motiviert? Aber ich glaube, das ist nach wie vor ein Faktor. Das spielt eine Rolle. Das ist nicht allein ausschlaggebend darüber, ob du jetzt irgendeinen Fight verlierst, weil Conor halt ein extrem talentierter Kämpfer ist. Aber wenn du diesen nicht mehr gewinnen musst, sondern nur noch gewinnen willst, das ist auch so ein Zitat aus dieser Doku, ja, dann hast du vielleicht dann doch eher das Nachsehen, wenn es auf die letzten Meter, die letzten 10% geht, gegen einen Gegner, der vielleicht wirklich noch gewinnen muss, der irgendwas unter Beweis stellen muss. Hätte er viele Sachen anders machen können in seiner Karriere? Vielleicht. Das jetzt zu bewerten, für mich sehr, sehr schwierig. Hätte er Camp wechseln können? Hätte er das machen können? Hätte er... Im Endeffekt hat Conor McGregor alle Entscheidungen getroffen, wie er die getroffen hat. Und ich finde ja nicht, dass es für ihn schlecht ausgegangen ist. Wäre noch mehr drin gewesen? Bestimmt. Er hätte seine Titel verteidigen können. Er hätte aktiver sein können. War am Ende aber manchmal an einigen Punkten dann auch einfach Pech, wie vielleicht bei irgendwelchen Verletzungen dabei. Oder hat er dann einfach auch einen Fighter in der Gewichtsklasse gehabt, wie Khabib Nurmagomedov, wo er sehr wahrscheinlich in 9,5 von 10 Kämpfen das Nachsehen hat. Rein vom Stil. Ja, das wird auch eine Rolle spielen. Also ich persönlich glaube, Conor ist höllisch begabt. Wirklich einer der begabtesten Fighter, die es in der UFC gibt. Aber ich glaube auch nicht, dass er... Ich meine, das haben wir halt schon gesehen, dass er unbesiegbar ist und dass er diesen Goat-Status hat, den er vielleicht selber rein sportlich für sich sieht. Natürlich hat er eine geile Karriere hingelegt. Natürlich hat er viel erreicht. Aber es gibt klare Stilmittel, diesen Mann halt auch zu besiegen, zu bezwingen. Ich glaube jetzt nicht daran, dass wenn er jetzt Trainingscamp gewechselt hätte und bei Jackson Wing trainiert hätte oder mit Khabib Nurmagomedov zusammen trainiert hätte, dass er dann ein komplett anderer Fighter geworden wäre und GSP 2.0 geworden wäre oder sowas. Conor hat halt seine Qualitäten, seine Stärken, genauso wie er seine Schwächen hat. Das hat ihn im Endeffekt auch zu einem sehr unterhaltsamen Fighter gemacht. Ich hatte mein Fazit über die Doku ja schon rausgehauen. Spoiler frei. Jetzt habe ich noch ein bisschen mehr dazu gesagt. Bin jetzt natürlich sehr gespannt auf eure Meinung, was ihr von der Doku haltet, falls ihr die schon gesehen haben solltet. So ein bisschen. Das hat Brandon Schaub auch gesagt. Und ja, Brandon Schaub sagt manchmal auch merkwürdige Dinge, aber da kann ich mich ein bisschen anschließen. An einigen Punkten, so als MMA-Fan, war so ein bisschen Wehmut mit dabei. Ich glaube, das würde so gut wie jede Fighter-Doku betreffen, die in diesem Format, die auf diesem Level gemacht wird, schön mit Musik untermalen, dass du einfach irgendwann merkst, hey, die Zeit ist vorbei. Vielleicht kommen noch neue Highlights, vielleicht kommt noch was Neues dazu, aber dieses richtige, dieses Auf und Ab und dieses Im-Mittelpunkt und Umtitel, das liegt, glaube ich, in der Vergangenheit. Conor wird nochmal zurückkehren, davon gehe ich aus, gegen Chandler. Mal gucken, wie es weitergeht, in welcher Verfassung, aber ich glaube, diesen Conor, der gegen Eddie Alvarez bei UFC 205 im Käfig stand, das war so die Peak. Und da wird er, glaube ich, nicht mehr hinkommen. Und das können wir jetzt, wir könnten jetzt auch eine Doku ansehen von Anderson Silva, von GSP, von Matthews, von BJ Penn, von Khabib Nurmagomedov, von wer weiß wem noch. Da würde wahrscheinlich genau dieses selbe Gefühl aufkommen. Dieses ein bisschen Wehmut mit dabei, dass, ja, es war eine wilde Zeit. Es hat Spaß gemacht, ob man jetzt ein Fan von Conor war oder kein Fan war, weil es gab ja nicht nur Erfolge, es gab ja auch immer mal wieder Rückschläge für ihn. Also ich glaube, ob man ihm die Daumen gedrückt hat oder nicht. Es war für beide Seiten was dabei, aber es war schon ein höllisch guter Ritt. Ich hoffe, dass er uns noch das ein oder andere Highlight beschert, den ein oder anderen geilen Kampf, dass die Geschichte noch nicht komplett zu Ende geschrieben ist. Mal gucken, vielleicht packt er noch einige Kapitel dazu, die mich überraschen, mit denen ich jetzt auch nicht rechne. Ich gehe davon aus, dass noch ein bisschen mehr Potenzial da ist und wir vielleicht nochmal einen zweiten Teil von dieser Doku sehen, je nachdem, wie jetzt der Fight gegen Chandler läuft und was dann vielleicht noch danach passiert. Conor McGregor hat Stand heute auch, wenn er aufhören würde, große, große Fußstapfen hinterlassen in der Geschichte des MMA, ob man ihn jetzt als Typen mag oder nicht. Aber der Name McGregor wird aus der UFC-Geschichte nie wieder rauszulöschen sein. Es ist over, es ist over! Pounds upon, headshot, death, das ist es!